LB LB A4 er hat sich erledigt der Weg von Marschen auch okay LB wie mache ich dieses Ding denn hier kaputt so auch nicht eine E-Mail-Sonde auch nicht Auch nicht mit Wichtelstaub. Vielleicht mit einer Furzgranate. Nein. Das bringt uns auch nichts. Oh, Entschuldigung. Lol, da komme ich halt echt noch gar nicht durch. Ich glaube, ich soll hier auch noch gar nicht rein. Ja, toll. Guck mal, da sind wieder Wölfe. Muss ich jetzt einfach die ganze Zeit nur Wölfe hacken, oder was? Richtig. Das ist ganz und gar nicht, was wir gerade gebrauchen können. Boah, geil. Sehr perfekt. Check this out. Oh, no, you don't. Oh, das konnte ich nicht blocken. Da war ich mal wieder zu blöd. Das schon. Ha, ihr blockt. Katschuu. So, dann gehen wir da jetzt mal hin und machen Dain here. Und tschüss. So. Düster Herz, düster Zahn. Schön. Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht und es fuckt mich ab. Weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt Sinn ergibt, was wir hier die ganze Zeit machen. Wahrscheinlich nicht. Ich will auch nicht in der Komplettlösung nachgucken. Sowas habe ich mir abgewöhnt. Das war unnötig. Das hätte ich auch schöner machen können. Genau. Oh, das könnte jetzt knapp werden. Ja. Und tschüss. Wieder hierbaut. Ja, moin. So, dann machen wir jetzt erstmal den hier. Und dann den hier auch noch. Und tschüss. Ich werde in Zukunft einfach die Leute nur noch mit, ähm, Zeugs verprügeln. Nein, ihr wisst schon. Mit so einem Eishockey-Schläger. Das hat doch was. So, und weil es so viel Spaß macht, gehe ich jetzt nochmal zu diesem Arschloch hin, weil ich es einfach nicht verstehe. Was zur Hölle will er von mir? Außerdem würde es doch in der Quest schienen, wenn ich in diese Psch... So, Quests. Bevor der Earl dir hilft, möchte er, dass du die Düsterbären im nördlichen Winnipeg auslöscht, die Pscherge angegriffen haben. Ja, nördlich von Winnipeg. Sind wir nicht in Winnipeg? Nördlich von Winnipeg würde dann bedeuten... Obendrüber. Oder reden wir jetzt von Banff? Winnipeg. Nördlich. Das hier ist nördlich. Hallo? Wir müssen jetzt nach Banff. Ah, Jesus, not again. Ach, Jesus. Juhu! Juhu! Und nochmal, weil es so viel Spaß macht. Juhu! So, und jetzt müssten sie nur noch bluten und dann würden sie einfach daran verrecken. Das wäre richtig gut. Hey, wenn ich noch einmal dieses... Juhu! 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 Oh! Zu spät! Juhu! 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 Ja, Mensch, ja, ja, jetzt stehe ich ja auch irgendwo... Ey, ne, ich muss hier nicht so blöd zum Lesen. Düster Bären. Das sind Düster Bären im nördlichen Düster Bären. Er redet von Bären. Und hier sind nur beschissene Wölfe. Was soll denn das? Ist jetzt hier Banff gemeint, oder was? Gehen wir doch einfach mal nach Banff. Hallo. Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt eigentlich mache. Ja, okay, sind vielleicht doch die Bären in dieser Höhle gemeint. Aber wie zur Hölle komme ich denn in diese Höhle rein? Ich meine, klar, das hier ist gewissermaßen jetzt schon irgendwie... Oh, ist das schön! Aha! Gefrorener Ahornsirup. Das muss ich mir doch glatt jetzt mal angucken hier. Ähm... Warte mal, hier ist das jetzt... Ist das hier... Aha! Mensch, schön. Ja. Dann muss doch wohl dieses eine hier gemeint sein. Oder? Das hier ist doch wohl irgendwie... Oh, da hat es mich geschüttelt. Es ist nördlich. So, und wenn ich dagegen haue, passiert nichts. Wenn ich dagegen schieße, passiert original nichts. Ne Aliensonde bringt uns hier auch nichts. Wichtelstaub auch nicht. Geht halt echt nur so ein Drachenschrei. Aber der geht halt irgendwie auch nicht. Kann ich den... Nein, ist das Falsche mit einer... Nein, einem... Ja. Hallo. Hm. Hallo. Leute, ich kriege hier gleich einen Ausraster. So, ich habe einen kanadischen Edelstein bekommen. Weil wir... Ach. Ich will doch nur hier durch. Wetten ist es einfach schon wieder viel zu einfach. Und ich kriege es im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht geschissen. Furzgranate. Bringt uns hier auch rein gar nichts. Burritos. Hm. Hauen bringt nichts. Aber ich... Wer... Wer... Äh. Schade. Unlogisch. Aber da sind diese beschissenen Leeren. Leute, ich drehe hier durch. Hm. Ja, du auch. Läu, Stan ist jetzt schon tot. Ja, wir brauchen unbedingt neue Wiederbelebungstränke. Vor allem, wenn wir in diese beschissene Höhle gehen, nachdem wir es geschafft haben, dieses beschissene Ding da aus dem Weg zu räumen. Ich kann nicht aufhören zu betonen, wie unfassbar beschissen das ist. Genau. Nimm dies. Nein. Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich könnte mich gerade... Nein, ich rege mich jetzt einfach mal tierisch auf. Was zur Hölle ist denn unser ver... Fickter Plan? Ich... Ah. Innerlich hier ganz schön... Naja. Ich kriege es kotzen. Mich nervt das. Ich will doch einfach nur in diese Story weiterkommen. Dann fühle ich mich im wahrsten Sinne wie eine Blondine, weil mir das so unfassbar fucking einfach vorkommt. Ja, richtig. Wir sollen Bären töten. Hier sind Hölfe. Also gehen wir zu den Bären. Aber warum kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen? Das nervt. Ich will doch einfach nur meinen Willen bekommen. Winnipeg. Aber ein Morden von Winnipeg ist eigentlich hier. Und nicht da. Aber hier sind keine Bären. Aussehen weiß ich auch nicht, ob da was mit einer Höhle stand. Aber wie zur Hölle komme ich denn in diese beschissene Höhle rein? Weil es so viel Spaß macht. Ja, bitte. So, und weil es so viel Spaß macht, hören wir jetzt auch auf mit dem ganzen Bums. Und dann gucke ich im Internet nach, wie es jetzt weitergeht. Weil ich die Schnauze schon wieder voll habe und niemand sehen will, wie ich hier die ganze Zeit planlos durch die Gegend... und damit peace out.